Hey Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal 2.9. Video. Heute schauen wir, wieviel Arena.TV wir in einer Stunde in Late Game Arena schaffen, zusammen mit Mülow. Da es aktuell kein Duo-Modus gibt, haben wir gesagt, wir spielen es als Duo gegen Trio und ab und zu ist noch ein Render dabei gewesen. Wie viele wir geschafft haben, erfahrten wir immer am Ende des Videos. Wenn du mal gerne auch in meinem Video dabei sein würdest, dann kannst du jetzt gerne, jetzt schon direkt in meinen Live-Stream kommen, weil jetzt gibt es gerade ein 1000 Vivax-Turnier in Boxfight. Also falls du jetzt gerne mitmachen würdest, komm jetzt direkt in den Live-Stream, es geht um 18 Uhr los und dann bist du auch im nächsten Video dabei. Wenn dir diese Art von Content gefällt, lass gerne ein Abo auf diesem Kanal da, schreib gerne noch einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Und jetzt wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt! Booty Jinx, booty Nets. Hast du ihn. Bin tot, weil es alles laggt. Warte, Digga, es sind zwei on me. Kannst du nicht einfach kommen? Warte mal. Ganz dringend. Wir fighten. Itachi geht rein. Itachi geht rein. Die Antasche geht rein. Ich habe Itachi abgeschossen. Digga, guck mal, die Chills sind zwei in deiner Box. Mets. Oh, Digga, ich will einfach, wo sie Minis aufschauen. Oh, Digga, ich will einfach, wo sie Minis aufschauen. Wo? Ho, wohl dich geknallt. Zwei. Überriere dir da keiner. Tracked? Den hast du, oder? Jetzt, ja. Ich habe ihn. Splash mich. Digger, du hast den ge-saved. Digger. Got him. Volle piste. Oh mein Gott, von oben. Ich hab 6 HP. Alle Schüsse durch. Ja, nice. Die Zone kommt, ich bin so tot. Weiß ich nicht. 24er. Ich hab einen Cone in der Zone. Ich bin ein Mies-Deadner. Überall 6 HP. Ich hab einen... Warte. Gegenüber von mir hafunt einer. Der hat Flopper für dich. Hier oben sind Flopper. Ich komm nicht hoch. Ich bring sie dir. Ich schmeiß ihn dir runter, okay? Ich schmeiß ihn dir runter. Hier. Ich hab ihn dir runter geschmissen. Nein, ich bin Fullbox. Nice. Soll ich machen? Ich bin Fullbox. Hilfe! Nice. Ich hab keine Metz. Digga, was soll ich... Digga, hä? Digga, ich muss die Metz wieder aufsammeln. Ach, Mann, der Kalt. Wollen, Schatz. Jetzt. Das dahin. Ja, nice. Bringen wir halt gar nichts, weil ich drauf zum Deadman. Oh, okay. Ich bin schon rotiert. Ja, nice. Bin wieder komplett aufm Trio gedroppt. Ich hab Metz und alles. Ich hab auch nur Spaß hier. Bin oben, bin oben. Und den Biggie. Pass auf. 33 fight. Komm her. 90 fight. Hier, der Sponshot. Ja, maybe rotier mal hier mit. Dead. Wir müssen den pushen. Der wird geh... Gehilft. Hinter uns. Ja. Hä? Digga, wie schnell playst der denn? Es ist so eine dumme Idee, auf Lowground zu droppen, wenn wir zu zweit sind, dass drei Leute sind. Das ist so dumm. Wir waren komplett fine in dem Tarp. Wir hätten einfach nur sprayen müssen. Naja, sorry. Mal weg. Alles gut. Ihr hielt das. Mach die... Rechts, rechts, rechts hin... Ja, hielt da. Nice. Finish. Der andere ist hinter dir. Hinter dir oben. Ach so, der ist oben? Ja, weiter hinter der Wall gewesen. Ah, Digga, ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, er ist unten. Er ist unter uns. He's just standing there. Ich hab einen. Dead. Komm her. Hier liegt Loot, hier liegt Loot. Goldene Skarns. Die kommen, die kommen, die kommen. Cracked! 30 weit. Dead. Super, super... Ding. Irgendwas. 54. 80. Unten ist noch einer. Der Fisch ist fast cracked. Der Fisch ist fast cracked. Ist so fein. Wir werden von hinten. Cracked. Dead. Ich hole die Mets. Unter mir. Ich geh hoch. Machst du? Oh, mein Gott. Ja, ich dachte... Full in high. Ah, sorry. Mein Bad. Egal. Wieder frei. Hinterbau bereits. Sehr gut. GG. Traus auf der Box. Traus auf der Box! Das ist alles nicht von dir. Hier. Oh. Flash dich! Flash dich! Blast dich! Ist noch nicht drin? Na gut. Flash dich! Hol dir die Mets und den x2! Du hast bounce. Du hast nen Bouncer. Digga, weil die Zone halt so schneiden... Ach, schade, 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 schade. Wo bist du hin? Ich geh hoch. Rede mit mir. Auf high gone. Ach, das bist du. Ich bin my mate, Digga. Bin on high. Auf me, auf ihn. Wo bist du? Geh nicht down. One shot, one shot, one shot. Auf ihn, hab ihn. Er ist noch? Oh mein Gott, ich bin 1 HP. Ja, ich hab ihn gefinished. Brauch Hilfe. Brauch ganz ring Hilfe. Du musst irgendwas tun. Lauf hinten raus, komm wieder raus. Mach auf, mach auf. 90. Charge ist so geil. Gib mir die Charge, Charge. Die kommen. Äh. Oh mein Gott. Kommst du nach hinten, Milo? Ja, nichts mehr. Ja, alles gut, alles gut. Nichts mehr. Ja, du hast keine Mets gekriegt. Da liegt mir Spaß. Ah, klar. One shot. Nice. 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 One shot bei dir. One shot. Nice. Er hat ihn mitgenommen. Ja, er schmeißt ihn immer noch, hier vorne. Er hat ihn hier vorne eingeboxed. Mach hier, ich seh's nicht. Nice. Komm her. Ich komm trotzdem mal. Box bei dir. French skin. Oh, ich muss nicht heilen. Er kommt. Er kommt. Crack. One shot dead. Oh mein Gott, ich hab so ein Beam, Digga. Das ist so. Habe auch so viel gegeben. Mad, 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 Oh ja, perfekt Unten, unten, unten Unten noch Unten noch Unter und Ne, drüben Komm rein Unten, unten, unten Digga Was war das denn für ein Bug? Egal, du hast es, du hast es, du hast es Was war das denn Der ist ein Trio Ja, vier, vier, vier Egal, eine Runde können wir noch machen Ich glaube, wir sind genau drin, in 30 Sekunden läuft es ab und wir sind drin 80 Ein und drei Wollen Halt gegen Halt gegen Ich bin dabei, aber es wird schwer Geh nach hinten raus Strap Komm, komm Er schwimmt drunten, er schwimmt drunten Er schwimmt drunten, er schwimmt drunten Komm runter, runter, runter Ja, das ist guter, guter Top, guter Top Spreiber Mach Oh mein Gott, okay, ich muss erstmal raus Ich hab nur noch einen, ich hab nur noch einen Ich hab nur noch einen Ich hab nur noch einen Die Ich hab nur noch einen Wirklich Ich hab nur noch einen Komm, komm, komm Kommame Kann ich, religious sword Wo bist du? Ich bin heim Muss ich sehen, ich jetzt hochcrank Hab einen Ja, ich bin dann instant dead Nice Projekt Hilfe, Bro Komm runter Ich hab keine Mets Ich muss erstmal mini poppen 240 Wut Er wird fliegen Ja, oder er ist mit dem Baum Let's go Let's go Das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wir haben gestartet mit 502 Punkten Wir haben abgeschossen mit 798 Punkten Das heißt, wir haben insgesamt 296 Punkte plus gemacht Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Kommt gerne jetzt rein Um 1000 V-Box zu gewinnen In Boxfights Jetzt direkt auf Twitch Aber jetzt bin ich erstmal raus Bis dann Ciao